Yes! Endlich geht's wieder ab hier! Wir drehen jetzt! Yay! Oh cool! Was drehen wir jetzt? Ich dachte wir drehen einen Actionfilm! Ey Alter wir haben noch keine Waffen! Ja und damit sind die Spiele eröffnet! Er hat eine Granate! Was? Krieg ich keine Hilfe? Ich hab einen getroffen! Wer hast du getroffen? Ein Vogel! Spielst du gerade Angry Birds? Vielleicht? Äh Leute sag mal! Auf wen schießen wir überhaupt? Ja keine Ahnung! Die da? Dann ist es Müller's Lust! Müller's Lust! Müller's Lust! Müller's Lust! Ey ihr spielt jetzt mit! Müller's Lust! Wer? Wir? Ja ihr seid jetzt Team! Perfekt! Wuh! Ich bin in einem Team! Schüttür! Ich bin in einem Team! Ich bin hier dringend! Ich bin unbekannte Blut! Ich bin zu dem Team! Naja, und wir haben euch ja eigentlich nur fertig gemacht hier, ne, weil... Feinkontakt! Was für Weiche, ey. Ich hab das nächste Team schon im Visier. Wir haben ja nicht mal Waffen. Und sie sind Idioten. Dann auf die altmodische Art. Hey, da sind Leute! Hey, was habt ihr mit meinem Problem gemacht? Ja! Yes! Ja, ich lebe noch! Peter! Bist du ne Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple Whore! So, ich hoffe der Film hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr es uns wissen lassen. Vielen und unendlichen Dank an Jotis Creations für diese unglaublich geilen Spezialeffekte. Vielen Dank! Er hat natürlich auch einen eigenen Kanal. Ihr könnt gerne darauf zugreifen und seine Filme gucken und vielleicht auch abonnieren. Du hast uns wirklich das Leben gerettet. Und nun möchte ich euch natürlich noch den neuesten Film von MirrorsFX ans Herz legen. Eine Zusammenarbeit mit Juba Films. Alle Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn das Geballer weitergeht. Bis dann! Nein, Team Adi! Team Tommi! Team Adi! Team Tommi! Mann! Ich will aber, dass wir Team Adi weisen! Wir sind jetzt Tim Tommi!